Ein Blick auf all das, was sich übermorgen dann abspielen wird, aber natürlich werfen wir auch einen Blick auf das, was sich hier in Smackdown getan hat, das ist ja wohl klar. Und damit denke ich, sollten wir dann auch beginnen, wenn wir zurückdenken, eine Woche, da gab es dieses Intercontinental Champion Team Match zwischen und Wade Barrett, dem Mitglied des Korps, mit dem Erfolg, dem ersten Erfolg von Wade Barrett. Er ist also der neue Intercontinental Champion, aber in dieser Woche, da stand ein Rückmatch an. Jetzt die Frage, würde der Korps weiter mit drei Titeln zu WrestleMania reißen, oder doch nur mit den beiden von den Tag Team Champions? Ja, nur mit den beiden, hört sich jetzt so wenig an, ist aber natürlich auch schon eine große Leistung gewesen, vom Korps, sich gleich dieses Gold zu sichern. Kofi Kings, der geht hier gleich in die Offensive, hat da schon den Trouble in Paradise versucht, aber so schnell lässt sich Wade Barrett nicht sagen, wenn überhaupt. Gut, hat mich gut, schon getan, gerade als Kofi ansetzen wollte zur nächsten Attacke und Wade Barrett weist den Rügel sofort an, Kofi auszuzählen, das wäre natürlich das Beste für Wade Barrett, aber er merkt das richtig, geht raus und hämmert dann Kofi noch hart. Gegen den Rügel, das sind Schmerzen und dabei hat der Kofi Kingston nicht nur ein Hühnchen für Obst mit Wade Barrett, sondern auch mit Justin Gabriel, wir erinnern uns alle noch an die Bilder aus der vergangenen Woche, da gab es nach dem Intercontinental Champion Ticket Match noch einen 450 Splash von Justin Gabriel gegen Kofi. Das sieht momentan aber gut aus für Wade Barrett, der natürlich nur allzu gerne als Champion zu Wrestlemania reisen würde. Das gleiche gilt aber natürlich für Kofi Kingston, ein wunderbarer Grudge Slam von Wade Barrett, das ist Kofi kommt raus. Aber Wade Barrett hat hier natürlich weiter die absolute Kontrolle in diesem Match und ja, wir haben es gerade schon mal angesprochen in der Anfangsreperation. Wrestlemania ist in zwei Tagen und Sie, liebe CDN-Inversions, sollten auf jeden Fall dabei sein. Wenn Sie die Großvater nicht schon bestellt haben, dann tun Sie es jetzt. Am ersten Internet unter www.sky.de slash wrestling oder telefonisch unter der 080 553 und hier mal die 020 Euro Kostensatzkaste. Ab 23.30 Uhr geht das Rahmenprogramm los mit der aktuellsten Experience-Ausgabe. Wir haben es richtig, aber es wird Michael Cole stören. Stören, das ist das unser Bestes. Nur, das ist ganz klar, er wird seine gerechte Strafe bekommen bei Wrestlemania, wunderbarer Standing Dropkick von Kofi Kingston. Es gibt ja das Match, Jerry the King Lawler gegen Michael Cole. Mit Stone Cold Steve Austin als Garspringminister, nur mal einen der so vielen Höhepunkte zu nennen. Ganz genau, Kofi Kingston macht hier weiter gegen Wade Barrett. Da kommt wunderschön der Trick an den Kopf. Wunderschön auch der Splash hinterher sitzt. Genau, eins, zwei. Aber noch ist das nicht der erneute Titel für Kofi Kingston. Aber da sehen wir doch mal, wie Punkt genau dieser Dropkick getroffen hat. Und jetzt wird es Zeit für den guten Drop-Anlauf nehmen. Und da sitzt er auch wunderbar gesetzt. Vielleicht holen sie tatsächlich Kofi jetzt den Titel gleich wieder zurück nach nur einer Woche. Und da nimmt er schon Maß. Er nimmt quasi Anlauf für den Trouble in Paradise. In der vergangenen Woche, als er diese Aktion zeigen wollte, kam auf einmal, hieß Slater und hat unterbrochen diese Woche nicht. Aber Wade Barrett kann trotzdem abwehren. Er wird gut genau in den Trouble-of-Paradise-Ansatz. Und es reicht trotzdem nicht zur Titelverteidigung für Wade Barrett. Ja, aber es scheint doch tatsächlich, Günther, als habe Wade Barrett das Rezept gefunden gegen den Superstar aus Ghana. Der hat versuchte Entscheidung, da soll der Wasteland kommen. Aber auch der klappt im Moment noch nicht. Da kann Kofi sich zur Wehr setzen. Ist jetzt aber in der Winkel. Oh ja, wird Wade Barrett los. Und fliegt über den Englander. Er hat einfach Beine aus Sputnik. Das ist der Wahnsinn. Und dann trifft dieses Mal auf der Trouble in Paradise. Haben wir hier die Titelverteidigung? Nein! Da kommt der Chor, greift Kofi Kingston an. Ja, und sorgt damit natürlich für die Disqualifikationen Wade Barrett. Dann geht man noch weiter auf Kofi Kingston los. Also Wade Barrett behält den Titel, aber da wird irgendjemand eingreifen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Oh, Santino Marella und Vladimir Kosroff kommen zum Reingestirm, um Kofi Kingston zur Seite zu stehen. Aber auch die beiden werden sofort vom Chor attackiert. Die beiden haben ein Tag Team Match by WrestleMania. Und da wollte ich davon sprechen, da sind wir die beiden Partner von Santino Marella und Vladimir Kosroff. Das sind ja die Bitschung. Hey, die vier also gegen den Chor. Und das sind ja wirklich die ersten Rivalen der vergangenen Wochen. Also alleine Kane und The Big Show. Ich glaube, die würden schon ganz gerne ein Match bestreiten gegen den kompletten Chor. Aber dann eben noch mit der Verstärkung. Vladimir Kosroff und Santino Marella. Das wird ein richtig hartes Stück Arbeit für den Chor. Der Ring ist gesäubert vom Vorg zumindest, wo beginnst du wieder einigermaßen fit. Aber Wade Barrett bleibt natürlich Intercontinental Champion. Das ist ja ein großer Erfolg für ihn, ein großer Erfolg für den Vorg. Aber wie sieht es bei WrestleMania aus? Das ist ja ein großer Erfolg für den Vorg.